Durch die letzten Jahre haben sehr viele Menschen den Entschluss bekommen, Deutschland zu verlassen und auszuwandern. Sei es geschuldet durch die aktuelle Energiepolitik und die daraus entstehenden Kosten oder vor einigen Jahren mit C. Egal welche Umstände oder persönlichen Herausforderungen, viele stützen sich dann Hals über Kopf in die Planung, um ins Ausland auszuwandern. Die beliebte Ziele sind zum Beispiel Ungarn, Italien, Spanien, Portugal, Lateinamerika oder zum Beispiel auch Bali. Egal wohin es dich zieht auf diese wunderschöne Welt, es gibt einen Aspekt, den du unbedingt beachten solltest, wenn du den Entschluss gefasst hast auszuwandern. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Komischerweise sehe ich dann sehr viele Menschen, die dann doch diesen Aspekt ignorieren. Hauptsache sie können ihre schlechten Lebensbedingungen und Probleme hier in Deutschland irgendwie entgehen. Es geht um das Thema Geld und ja, darüber sollten wir mal sprechen. Wenn du hier schon in Deutschland mit finanziellen Problemen zu kämpfen hast und du jeden Monat irgendwie schauen musst, wie du über die Runden kommst, dann wird das ehrlich gesagt im Ausland nicht viel besser. In den zuvor genannten Ländern suchen da sehr viele Einheimische natürlich auch nach Arbeit. Das heißt, wenn du dann auch nochmal mit aufkreuzt, hast du eine etwas größere Konkurrenz als hier in Deutschland zum Beispiel. Und da hast du noch Sprachblockade. Und wenn du zum Beispiel die Einheimische Sprache nicht kennst und du machst dort einen Dienstleistungsberuf, wirst du das halt nochmal umso schwerer haben, dort irgendwie Fuß zu fassen. Von daher ist ja auch schon mal hier der erste Punkt wichtig. Du solltest halt wissen, welche Sprachen dort gesprochen werden. Und es ist immer gut, die Einheimische Sprache auch zu kennen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Arbeitsbedingungen und auch die Entlohnung besser sind als in Deutschland. Eher genau das Gegenteil. Ich glaube, die sind um einiges schlechter. Denn viele im ausländischen Bereich, die sehen sich ja hier in Deutschland Fuß zu fassen, weil du halt hier um einiges mehr Möglichkeiten bessere Bezahlungen auch hast. Ein weiterer Nachteil aus den nordischen Bereichen zu kommen ist, dass die Einheimischen dich automatisch als einen wohlhabenden Europäer sehen, der halt viel Geld hat. Das ist bei denen halt so im Kopf drin. Manchmal kann es natürlich auch passieren, weil es den Leuten auch egal ist, in welcher Situation sie dort drüben sind, dass sie sich auch versuchen auszurauben. Du bist pleite oder in der untersten Schicht angesiedelt von deinem Einkommen. Dann werden die Einheimischen auch ein F*** auf dich geben. Sozialsystem, wie wir hier in Deutschland haben, gibt es auf der Weltfall nicht überall. Du kannst dich nicht einfach faul zurücklehnen und ein schönes Leben in diesen sogenannten Entwicklungsländern erwarten. Da wird eher das ganz genaue Gegenteil passieren und das habe ich bei meinen Arbeitsreisen in Costa Rica auch selber erfahren. Du bist halt komplett auf dich gestellt und für dich selbst verantwortlich. Wenn dir irgendwas passiert oder du dann irgendwie kurz vorm Abkratzen bist, das interessiert wirklich niemanden in diesen Ländern. Deshalb ist es umso wichtiger, seine eigenen Probleme, Konflikte und auch Programme zu lösen und auch hier für ein finanzielles Polster und Standbein zu sorgen, was ja online so einfach wie noch nie möglich ist. Natürlich kannst du einfach deinen Koffer packen und schauen, was für spannende Sachen dir auf deiner Reise passieren. Ich kenne da einige, die dir das gemacht haben und da brauchst du dann wirklich gar keine Erwartungen und Vorlieben oder Vorstellungen, die du dir ersetzt. Da schmeißt dir das Leben einfach die eine Herausforderung nach der anderen hin. Das muss man auch wirklich mögen. Man sollte auch körperlich dazu auch fit sein und auch mental ziemlich stark. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir hier in Deutschland geboren sind, weil wir hier diese Möglichkeit haben, beispielsweise selbstständig online unser eigenes Unternehmen bzw. Selbstständigkeit aufzubauen und hier online Geld zu verdienen. In anderen Ländern schaut es ganz anders aus, wenn du keinen Zugang zur Schule hast, Internet auch nur mager und du halt dann irgendwie körperlich arbeiten musst, um halt irgendwie den letzten Groschen für dich und deine Familie rumzubekommen. Also das ist dann auch wirklich kein schönes Leben, wenn du halt dann mal zum Beispiel in solchen Ländern gehst und mal mit den Einheimischen redest und mal auch mal mit denen lebst. Das habe ich auch schon mal gemacht. Eine sehr spannende Erfahrung. In Costa Rica arbeitete ich eine Zeit lang auf einer Kaffeefarm und da gab es dann genug Erntehelfer mit ihren kleinen Kindern, 4, 5, 6 und die haben mitgearbeitet. Und zwar wurde die Farm als Bio bezeichnet, aber das ist hier kein Bio-Standard wie bei uns hier. Bei denen dort drüben ist es auch Bio, wenn du jede Woche zweimal deine Pflanzen mit einer Chemieplörre besprühst. Das fassen und atmen die kleinen Kinder mit ein. Auswandern ist etwas, was sehr viele anpeilen. Ist auch nichts Verwerkliches. Finde ich sogar gut, mal in andere Länder zu kommen, andere Erfahrungen zu sammeln, mal neue Herausforderungen sich stellen, hier auch aus der Komfortzone rauskommen und weiter an sich zu arbeiten. Allerdings gehört das halt auch sehr gut geplant. Das sollte aber nicht aus einer Fluchtreaktion, wie gesagt, rauskommen, dass man einfach sagt, ja, mal schauen, was da passiert, was auf mich zukommt. Weil das kann dann wirklich auch sehr stark nach hinten losgehen. Du wirst unnötig dein Leben schwer machen und viele haben ja sogar noch Familie und Kinder, das heißt noch andere Verantwortungen. Und da kannst du dir mal ausmalen, wenn du mal spontan die Entscheidung triffst, auszuwandern, was da alles passieren kann, beziehungsweise was da los ist.